Update Information Version 1.11.0 Kompatibilität mit dem Phantom Hourglass und Spirit Tracks Paket Wenn du das Phantom Hourglass und Spirit Tracks Paket im Nintendo eShop erwirbst, erhältst du zusätzlich auf den neuen Kämpfer Toon Zelda und die neue Waffenart von Toon Link den Sandstab. Beides inspiriert von The Legend of Zelda Phantom Hourglass und The Legend of Zelda Spirit Tracks wovon ich Phantom Hourglass bereits Let's Played hab. Es ist nicht notwendig, diesen Zusatzinhalt zu erwerben, falls du bereits das The Legend of Hyrule Set erworben hast, da dies dieselben Inhalte umfasst. Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Nintendo Website. Verbesserung der Stabilität des Spiels. Was auch immer. Da ich das Legends of Hyrule Set gekauft hab, hab ich alle Charaktere. Ich weiß nur noch nicht, ob die jetzt geladen worden sind. So wie sich das anhört, noch nicht. Anscheinend muss der DLC erst noch runtergeladen werden. Jetzt ist nur das Update runtergeladen worden. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt runtergeladen worden ist automatisch. Lassen wir es einfach mal so stehen. Wie gesagt, das kommt erst am Wochenende dann. Nächstes Wochenende zeigen wir dann die neuen Charaktere. Heute geht es weiterhin weiter mit der Terminarkarte. Dort hätten wir... Wir werden es ja sowieso gleich sehen, ob es runtergeladen ist oder nicht. Ansonsten könnt ihr euch ja schon mal auf das Wochenende einstellen. Seht da schon mal, was denn euch so am Wochenende erwartet. So. Wir wollen uns heute hier in die Richtung weiter bewegen, denn dieser Abteil des Sumpfes ist noch absolut nicht freigeschalten. Und es wird langsam, aber sicher mal Zeit, dass wir diesen Abteil des Sumpfes freischalten. Wenn ihr mich fragt. Dementsprechend heute steht eine... Äh... Ein Kostüm für Schiek an. Wie es aussieht. Ist das auch begrenzt auf Schiek? Ja, auf Schiek und auf Impa. Ich glaube aber, wir spielen wirklich mit Schiek. Einfach weil Schiek das Wasserschild hat. Und Wasserschild ist OP. Außerdem muss ich hier eine Deku-Maske einsetzen, damit ich hier rüberfliegen kann. Und ich brauche blöderweise auch eine Bombe. So. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wo kriege ich denn jetzt eine Bombe her? Heißt das, ich muss jetzt hier wirklich so eine Mission nochmal zocken? Oh, ich habe doch überhaupt keinen Bock auf das. Das dauert so lang auch noch. Aber anscheinend hilft es nichts. Da führt anscheinend kein Weg dran vorbei. Na dann sehen wir uns gleich wieder. Derjenige, der gesagt hat, dass man hier auch noch eine Bombe braucht, der sollte eigentlich gefeuert werden. Meine Güte, ist das umständlich. Aber ich habe es ja letzten Endes dann doch noch geschafft. Immer diese sinnlose Arbeit, ne? Aber gut, mit einem B-Rank kommen wir weiter. Ich hätte auch gerne einen B-Rang, weil dann können wir hier noch eine Einzelschlacht in den Part reinpacken. Mit, äh, Schiek, genau. Rette die verbündeten Einheit. Nach wieder so eine spaßige Mission? Oh, Mann. Schön, wie ich direkt schon keinen Bock mehr habe. Nicht wahr? Ach, komm schon. Es ist so lächerlich einfach. Na gut. Dann legen wir los. Erstmal gucken, wie viel Damage ich so mit meiner coolen Fünfer-Combo mache. Ja, das ist eigentlich voll in Ordnung. Also ich bringe den Geron halbwegs in Ordnung um. Wie viel mache ich denn an so einen gelbeleuchtenden Gegner? Weil das sind ja die wichtigen. Davon gibt es ja eine ganze Menge in solchen Missionen. Und dementsprechend, die müssen, die müssen viel Damage nehmen. Und das ist, das ist genau das Gegenteil von viel. Schön. Ja gut, wir haben ja, wir haben ja das Wasserschild. Dementsprechend dürfte es eigentlich gar nicht mal so viele Probleme geben. Wir arbeiten jetzt auch hier mit ein bisschen, mit ein bisschen Wasser, ne? Alter, die kriege ich niemals tot so schnell. Zack, jetzt hau rein. Sehr schön. Jetzt habe ich auch hier die Festung schon erobert, irgendwie durch Glück. So, wir machen mal hier so. Da hat, glaube ich, gerade mein... Ja, ich glaube, irgend so eine Einheit von mir hat da gerade zwei Feuerbälle abgefangen. Ist auch okay. Ne, solange ich die nicht abbekomme, alles in Ordnung. So, ich würde ungern hier direkt an der Kante kämpfen. Denn da ist es eigentlich so, dass nur die Gegner Schaden machen und ich nicht wirklich. Gut, den ersten hätten wir. So, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Wo soll ich denn hin? Ich sehe da drüben einen gelben Punkt, der sich irgendwen nähert. Ich glaube, den sollte ich vielleicht irgendwie aufhalten. Der Rekrutierer greift den Nachtschwärmer an. Genau den sollte ich, glaube ich, aufhalten. Dementsprechend, ich renne da mal eben hin. Ich glaube, ich habe schon wieder die Mission komplett verkackt, in denen ich da gerade irgendwas gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht machen hätte sollen. Aber gut, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, nicht wahr? Vielleicht klappt es ja dennoch noch. Ach du Scheiße. Diese ganzen fetten gelben Punkte, ne? Keine Sorge, ich rette dich vor dem Flammengipto. Als ob ich den tot bekomme. So schnell. Der Rekrutierer da oben. Die haben ja alle noch eine gestiegene Moral, ne? Wenn ich das richtig sehe. Holy shit. Kriege ich vielleicht vom Flammengipto den gelben Kreis? Nee, natürlich kriege ich den nicht. Ja gut, das wird ein Spaß. Jetzt erst mal den Flammengipto irgendwie versuchen zu töten. Aha, natürlich reicht es nicht. Natürlich schaffe ich es nicht. Aber jetzt. Zergikowski. Kabum. Wie viel Schaden hat das gemacht? Absolut gar nichts. Das ist auch schön. Das ist auch scheiße. Da wurde ich gerade getroffen. Direkt ein A-Special hinterher. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. Wir haben den Defensivsoldaten gerettet. Das ist schön zu hören. Dann dürfte doch der jetzt eine gestiegene Moral haben, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, ich bin jetzt hier direkt erst mal. Flammengipto, lass mich in Ruhe. Du kannst gerne gegen den Defensivspezialisten kämpfen. Der mag das doch sehr. Und wen haben wir hier? Ist hier einfach nur du? Oder, oder... Nee, da drüben ist Volga. Ja, holy shit. Vielleicht hätte ich doch Impa nehmen sollen. Mit ihren Wasserattacken. Das hätte, glaube ich, besser geklappt. Ich glaube, ich lasse Volga einfach mal Volga sein. Und versuche irgendwie noch jemand anderen zu retten. Wie zum Beispiel... Den habe ich gerettet, ne? Der hat eine gestiegene Moral. Den da haben wir da oben. Den haben wir da drüben. Okay, dann versuche ich jetzt den da drüben zuerst zu retten. Und dann noch nach oben. Ich glaube zwar nicht, dass das nach oben klappt. Aber dann haben wir immerhin zwei von drei. Das ist auch mal was. Wo läufst du hin? Muss ich dich beschützen? Nee. Ich lasse dich einfach mal rennen. Du wirst hoffentlich wissen, was du machst. Den Rachegeist lasse ich auch mal in Ruhe. Und versuche stattdessen... Jetzt wurde ich hier drin auch wieder getroffen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Wo ist der Typ? Der ist hier oben. Okay, das heißt, ich muss da hoch. Dann ab geht's. Hallöchen, Freunde. Es ist schön, euch hier zu sehen. Aber ich würde dennoch gerne sagen, dass ihr meinen Kollegen in Ruhe lassen sollt. Ich finde das nämlich nicht sozial von euch. Dass ihr hier meinen... Ja, genau. Wirf mal ein paar Bomben. Wirf mal ein paar Bomben. Das ist immer eine gute Taktik. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Einfach ein paar Bomben werfen. 500 Gegner. Das ist absolut gar nichts. So, wow. Die A-Special-Attacke hat jetzt auch total viel gebracht. Fünf Kills nämlich. So, ich muss gucken, dass ich halt nicht zu viel Schaden nehme. Oh Gott, der Rachegeist. Ich hasse dich. Gesterben. Ja gut, das hat gut Schaden gemacht. Das freut mich. Da oben ist mein Defensivsoldat oder Offensivsoldat oder whatever. Ich glaube, den habe ich gerade die Moral gestärkt. Indem ich ihm gerade irgendwie geholfen habe. Sieht jedenfalls so aus. So, kriegen wir den Rekrutierer? Ah, scheiße. Jetzt wurde ich da ernsthaft schon wieder von irgend so einem Freak getroffen. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich finde das nicht sozial. Mann. Habt ihr auch nicht mehr alle. Kommt her. Genau, hier versammeln wir uns neben der Gipto. Und dann fressst Scheiße. Okay, für den Rekrutierer hat es gereicht. Der Flammengipto steht zwar noch. Ist aber in Ordnung. Ist aber voll in Ordnung. Damage mäßig. 1600. Voll in Ordnung. Wir rennen weiter. Und versuchen bestenfalls keinen zu verlieren. Die zwei haben eine gestiegene Moral. Einen von denen haben wir bereits verloren. Und zwar den Offensivspezialisten. Ist bereits an die gelben Truppen gefallen. Und der steht natürlich da unten bei den Typen, der nicht sterben darf. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Das war der eine Typ, den ich da nicht beschützen konnte. Weil der irgendwie lang in irgendeine Richtung gerannt ist. Und ich nicht wusste, vor was ich den denn jetzt beschützen hätte sollen. Ja, den haben wir leider verloren. Gut. Hilft nichts. Dann muss ich ihn halt jetzt töten. Wir haben immerhin die Defensivspezialisten. Nicht wahr? Immerhin sind wir defensiv relativ gut aufgestellt. Das ist auch schon mal was. Vielleicht muss ich auch einfach nur den Rekrutierer killen. Und dann geht er wieder auf meine Seite. Ich weiß es ja nicht. Die Mission ist einfach so seltsam. Die verstehe ich einfach absolut nicht. Aber eins weiß ich. Ich möchte auf jeden Fall nicht verrecken. So. Die Flammen gibt und die erste ist tot. Da steht der Rekrutierer. Friss Wasser. Hier. Friss. Ich müsste vielleicht auch mal mit meiner Dreier-Kombo. Äh, Zweier-Kombo. Ein bisschen arbeiten. Weil die ist halt wirklich mega geil. 900. Das ist schön. So. Zack. Zweier-Kombo. Und jetzt spiele ich hier ein Liedchen. Und jetzt sollte er sich bestenfalls hier in diesen Kreis versammeln. Genau. Habt ihr gesehen, wie viel Damage das gemacht hat. Die Kombo ist so geil einfach. Okay. Wir haben den Offensiv-Spezialisten getötet. Schön zu wissen. Das klappt gerade erstaunlich gut. Gut, die Mission. Ja, gut. Den hier muss ich jetzt noch irgendwie schnell tot bekommen. Bei dem sehe ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Zack. Ja. Glaub, der hat mich gerade sehr dumm getroffen. Hier. Spiel das Lied. Habe ich leider abbrechen müssen, weil der halt angerannt kam gerade. Hilft nichts. Lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock gerade, dass du mir meinen A-Rang versaust. Alter, ist der übel. Ich habe halt nur Defensiv-Spezialisten in meinem Team. Ich müsste auch dann gleich mal gucken, wie es so zeitlich aussieht, ne? Volker müsste jetzt wahrscheinlich auch gleich irgendwann runterkommen. Sofern er nicht schon tot ist. Ich denke aber nicht, dass der schon tot ist. So, da kommt er irgendwie nicht dagegen an. Gegen die... Wow, nein, nein. Oh Gott. Wie viel Damage? Gar nicht mal so viel. Es sah übler aus eigentlich gerade, was der da abgeführt hat. Äh, das war falsch. Ich wollte eigentlich mir ein neues Wasserschutzschild aufbauen. Ja, der hat mich scheiße getroffen. Das stimme ich zu. Dennoch. Wir haben hier die Flammengipto. Die bringe ich... Link ist im Bedrängnis. Okay, Link. Wo bist du? Komm, wir gehen jetzt erstmal gegen die Flammengipto vor. Denn die ist halt tot. Dementsprechend. Wenn ich zuerst jetzt mal ein bisschen gegen die vorgehe... Dann ist die tot. Da drüben rennt auch noch eine Flammengipto rum. Da haue ich mal ein A-Special rein. Weil da treffe ich ja schließlich auch zwei. Ah, und Volker, glaube ich, ist das da oben. Was mache ich gegen dich? Also ich hoffe, dass ihr das jetzt hier schafft. Denn ich muss da mal ganz kurz hoch. Zeitlich sieht es sieben Minuten. Ja. Ja, wird knapp. Wird knapp. Definitiv. Weil wenn das jetzt hier Volker ist... Und ich bin mir relativ sicher, dass das Volker ist... Dann haben wir ein Problem. Weil das klappt dann zeitlich nicht mehr so ganz. Ja, das ist natürlich Volker. Wer sollte es denn auch sonst sein? Alter, ich hasse Volker. Der ist so ekelhaft. Komm her. Bleib schön hier in diesem Kreis. Einfach schön im Kreis bleiben. Dieser Schaden. Hier, Wasser. Dankeschön. Ja, da macht er sein A-Special. Alter, wie weit der fliegt mit dem A-Special. Das ist übel. Zack. Hier frisst meine Fünfer-Kombo. Die macht kaum Schaden. Ich muss wirklich mit der Feuer-Kombo arbeiten. Selbst wenn Volker... Oh, 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 oh. Da habe ich es geschafft. Das macht kaum... Das macht genauso viel Schaden wie diese lame Attacke. Das ist... Unglaublich. Hier. Und jetzt Liedchen spielen. Und schön hier drin... Ja, es hat nicht geklappt, leider. So. Gönn dir. Zack, 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 zack. Sehr schön. Oh, Mann, macht mich der aggressiv. Schadenmäßig. Super. Schadenmäßig ist alles im Lot auf dem Boot. Zack. Sehr schön. Solange er mich nicht angreift, kann ich mit der Fünfer-Kombo machen, was ich will. Zack, zack. Wunderbar. Volker tot. Huh. Meine Phrase. Wie sieht es bei Link aus? Brauchst du Hilfe? Der schafft das alleine. Wo ist der feindliche Feld... Ich bin echt... Ich bin echt so blöd. Der war da oben sogar, der feindliche Feldmarschall. Und ich spring runter. Ja, GG, Ultra. GG. Hast du gut gemacht. Na gut. Wir haben genug Zeit. Wir haben fünf Minuten, den zu killen. Ich habe sogar volle Magie. Deswegen bin ich runtergerannt. Wegen der vollen Magie. Da kriegen wir hin. Der Roonia. Guten Tag. Na, dann zeig mal, was du kannst, mein Freund. Eigentlich gar nichts, ja. Wie ich es mir gedacht habe. Dass der... Ja, aber wenn... Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Wenn ich jetzt das Wasserschutzschild nicht gehabt hätte. Ihr könnt ja... Ihr habt wahrscheinlich da ein bisschen besser drauf geachtet im Video. Äh... Wie viel Schaden ich wahrscheinlich genommen hätte. Hätte ich jetzt kein Wasserschild gehabt. Äh... Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das möglich gewesen wäre. Würde mich interessieren. Einfach aus dem simplen Grund, weil... Äh... Wenn es möglich gewesen wäre, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, die Mission hier mit... Äh... Mit Impa zu machen. Einfach aus dem simplen Grund, weil ihr dann mit dem Wasserattacken hier bei Volga und bei der Roonia nicht so lang... Zu kämpfen habt. Da kann halt wirklich ganz leicht mal ein Fehler passieren. Gegen Charakterbosse. Wenn du jetzt nicht mit Pfeil und Bogen gegen die spielst. Dementsprechend... Äh... Ja, wie gesagt. Empfehle ich euch da wirklich... Mit Impa. Da habe ich ernsthaft noch getroffen. Ich habe zwar noch das Wasserschild, aber ich labe mir da mal ganz kurz auf. Wieder. Alter, es macht kaum Schaden. Es ist erstaunlich. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. War es das? Ne, der überlebt leider noch. So. Aber nicht mehr lange. Ich gebe dir noch zwei Sekunden und da war es das auch schon. Schön, schön. Ein wunderschöner Arang. Nach längerer Zeit. Mal wieder. Yay. Das Let's Play nimmt wieder Fahrt auf. Und damit haben wir auch die Maske für Schick. Logik. Keine Ahnung, ob wir die sehen werden noch. Einfach mal gucken. Und da spielt sie mit der Leiter. Wie auch immer es geht, dass aus einer Leiter Musik rauskommt. Lassen wir die Logik einfach mal. Okay. Bling. Ein Arang. Oh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Aber gut, mit Schick ist es halt auch wirklich nicht schwierig, einen Arang zu erlangen. Da ist es schon schwieriger mit gewissen anderen Charakteren. Agneta zum Beispiel. Oh, die ist ekelhaft. Da müssen wir auch ein bisschen Bronzematerial wieder farmen. Kaffei ist Maske für Schick. Alles klar. Es sagt mir was. Zwar nicht viel, aber es sagt mir was. Und damit haben wir ein bisschen mehr vom Sumpf freigeschalten. Genau eine weitere Mission. GG. Ähm, mit Volga. Und ich brauche wieder eine... Ihr wollt mich doch verarschen. Wo kann ich mir denn noch eine Bombe holen? Wo geht es am schnellsten? Die dauern alle so lang. Na, dann mache ich die Mission einfach direkt nochmal. Na, dann habe ich die Bombe auch mal wieder. Und die verschwenden wir auch direkt wieder. Weil ich habe nichts besseres zu tun, außer Bomben zu platzieren und sie wieder wegzuwerfen. Yay. Mission mit Volga. Yeah. Oh, verheerende Treffer. Zum Glück eine kurze. Gott sei Dank. Sofern der Bogen erlaubt ist. Und es ist sogar eine Stufe 1. Heißt das... Wir haben... Moment. Heißt das, es gibt... Ähm... Wie heißt es? Ähm, 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 ähm... Verheerende Treffermissionen auf... Äh... Auf der Majora's Mask Map? Das bedeutet ja, wir haben bis jetzt noch keine einzige von diesen verheerenden Treffermissionen gesehen. Oder? Verstehe ich da gerade was komplett falsch? Also ich kann mich an keine erinnern. Ihr etwa? Lasst mich in den Kommentaren wissen, wenn ich gerade zu blöd bin, mich an eine Mission zu erinnern. Aber ich kann mich spontan an keine Mission erinnern. Was, äh, verheerende Treffer angeht. Ich glaub wirklich, da haben wir noch keine gehabt. Das bedeutet ja, in allen Bereichen, wo ich jetzt noch hinrenne, gibt's jeweils eine verheerende Treffermission. Hey, das bedeutet ja, wir... Wir kommen relativ gut vorwärts dann, oder? Cool! Weil die verheerenden Treffermissionen sind halt wirklich nicht schwer. Sagte er und ließ sich treffen. Nee, diesmal nicht. Ähm... 20 Hauptleute in Mission 1. Uh... Da kommt bestimmt noch irgendwann eine Mission, wo es so heißt, töte 100 Hauptleute. Ganz bestimmt. Stirb. So. Äh... Alter, die am schlimmsten sind ja... Die kleinen Typis, die einfach irgendwo rumstehen. Und dich dann treffen können. Weil du musst halt an denen immer vorbeirennen. Und die haben halt dann so viele Chancen, dich einfach so blöd so treffen. Und dann ist der Arang Finito. Hm. So... Zack. Sehr schön. Fünf noch. Da haben wir einen. Da haben wir den zweiten. Double Kill. Da haben wir den dritten. Und wir haben es geschafft. Ich bin irgendwie zu blöd zum Zählen in den verheerenden Treffermissionen. Kann das sein? Wie dem auch sei. Arang ist Arang. Sei nicht. Nein. Warum auch jetzt hier in der Waffe rumliegt. Keine Ahnung. Tja, und damit war's das für den Part. Wir haben zwei Missionen geschafft. Die zweite ging schneller als die erste. Und beides relativ skillhaft, wenn er mich fragt. Also, ich bin vollstens zufrieden mit dem Part. Hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst es mich mit einem Daumen hoch. Beziehungsweise mit einem Daumen runter wissen. Wie euch der Part gefallen hat. Und schaltet, wenn es euch interessiert, beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es weiter geht mit Hyrule Warriors auf der Majora's Mask Map. Bis dahin, tschö tschö, euer Ultra. Bis dahin, tschö tschö.